Der Young Pharma-Stay ist unglaublich wichtig, um sich Netzwerke einfach aufzubauen und dafür ist diese Meilen natürlich auch sehr praktisch, denn hier ist es konzentriert, hier muss man keine weiten Wegen laufen und wenn man diese Möglichkeit nutzt, dann hat man eigentlich gewonnen. Also wir, die junge DRG, haben ja ein sehr großes berufliches Netzwerk. Uns ist einfach wichtig, den jungen Leuten zu zeigen, welche tollen Persönlichkeiten es im Agri-Business gibt und die zusammenzuführen mit den Studenten und einfach aufzuzeigen, welchen Karriereweg können sie gehen, was gibt es für Möglichkeiten. Dafür ist der Young Pharma-Stay da. Auch das ist eine tolle Veranstaltung, um eben in das Gespräch zu kommen, weil ich glaube, es ist immer schöner, sich auf Augenhöhe zu treffen. Also für mich ist sehr wichtig bei Campus & Career, dass man hier die Möglichkeit hat, sich zu informieren. Wir haben hier eine Job-Wall, wo man sich informieren kann, wer gerade Mitarbeiter sucht. Wir haben viele auch hier, die sich beworben haben, die auch weiterführend dann bei uns im Unternehmen sind und das macht uns echt zufrieden. Eine Weltmarke wie John Deere kommt auch zu Campus & Career und sucht dort nach Nachwuchs und Leuten, die halt bei ihnen neu anfangen. Stichworte wie Digitalisierung 4.0, Smart Farming, also das sind ja auch sehr spannende Herausforderungen, denen wir uns da stellen müssen. Das heißt, insofern haben wir da schon auch eine gewisse Jobsicherheit, weil wir eben auch zukünftig weiter wachsen und gut qualifiziertes Personal benötigen, um weiter wachsen zu können. Michelle Trombde Holly Trombde Das hier geht es gut! Ping gan